hallo mein name ist dominik von trading-smart.de und herzlich willkommen zu dem neuen video ich mache es mal einen kurzen update ein kurzes update über die aktuelle marktsituation und das was ich glaube was charttechnisch uns ja womöglich bevorsteht beziehungsweise was der chart uns sagt und ihr seht es hier schon in dem bild von einem s&p 500 ja es sieht momentan zumindest kurzfristig nicht ganz so gut aus für steigende kurse also eher fallende kurse vor allem also aus dem grund also zum einen wir haben wir hier diesen aufwärtstrand gebildet im rahmen von dieser korrektur von diesem werfen diesen crash nenne ich mal und diesen aufwärtstrend haben wir jetzt vorgestern gebrochen beziehungsweise mit der gestrigen der letzten kerze am freitag in den usa war ja am freitag noch ein handelstag während bei uns die börsen geschlossen waren und dementsprechend glaube ich auch dass also der dax hat diese kursbewegung hier nicht mitgenommen deswegen glaube ich auch dass der dax dann dementsprechend das am montag nachholen wird aber zunächst einmal auf den chart hier darauf einzugehen was wir hier sehen also wir haben hier diesen aufwärtstrend und wir haben den aufwärtstrend in den letzten tagen ja mehr oder weniger mühsam gehalten wir haben auch hier gesehen okay die luft wird immer dünner das sieht man auch daran dass die kurssprünge immer weniger werden die ausschläge nach oben und gleichzeitig hat auch das volumen hier abgenommen man kennt hier an dieser abfallenden trend das ist normalerweise ein schlechtes zeichen also das volumen sollte man den trend bestätigen sein das heißt im aufwärtstrend sollte auch das volumen zunehmen wenn das volumen abnimmt spricht das eigentlich dafür dass das dass diese aufwärtsbewegung hier der sich auf immer dünneren eis befindet und droht hier langsam nach unten weg zu brechen weil hier einfach die markt kann jemand mit dieser kursbewegung nicht einverstanden sind ja normalerweise je höher die kurse gehen desto mehr leute sollten in den markt eintreten hier ist der fall die höhere die kurse gehen desto weniger leute treten in den markt ein und das ist so ein bisschen ja sorg erfüllt also sagt einem dass eine gewisse verunsicherung herrscht am markt und wir sehen sie auch auf die nachrichtenlage blickt trump hatte jetzt wieder quasi so einen kleinen ja es ist kein handelskrieg aber es ist ein disput nennen wir es mal so mit china vom zaun gebrochen bleibt spannend wie sich das entwickelt es wird auf jeden fall sich nicht positiv auf die märkte auswirken ja eher natürlich gegen negativ und dementsprechend erwarte ich auch für diese woche ihren fallen die kurse zumal wir auch hier wirklich rasant gestiegen sind also wir haben ja wirklich wir haben diese fundamentalen daten die eigentlich ja von also von der wirtschaft also grausiges erwarten lässt trotzdem ist der aktienmarkt gestiegen das ist grund der grund also das beruht darauf als dass einfach die da die notenbanken ja die haben es ja gesagt unendlich liquidität reinpumpen komme was wolle und das treibt die börsen natürlich nach oben also dieses geld fließt natürlich auch in den in den aktienmarkt und was wir jetzt aktuell sehen ist eigentlich ganz interessant und zwar hier im volumen das volumen ist jetzt gestiegen und das bedeutet also wir haben es diesen aufwärtstrend gebrochen also im kurs sowie im ende im indikator im rsi haben wir diesen aufwärtstrend gebrochen und mit diesem bruch ist auf das verkaufsvolumen angestiegen jetzt befinden wir uns hier in der zone also hier haben zumindest im sp 500 aber ist auch vergleichbar mit vielen anderen indizes ich werde gleich darauf noch kurz eingehen wir befinden uns jetzt zumindest auf eine unterstützungszone durch die gleitenden durchschnitte also einmal der 20er hier die grüne und die 50er linie die orangene das wird uns zunächst support bieten sollten wir beim s&p 500 unter 2800 punkte kommen fallen dann geht es in die richtung von 2600 2665 ungefähr also ich bin jetzt hier im spider in dem future beziehungsweise im etf aber die der schadverlauf ist gleich wie gesagt also bleibt spannend ob hier diese unterstützung hält ich glaube es eher nicht einfach weil wir ja diese angst haben dass trump sich wieder mit hin mit den chinesen verkracht und und wie sich das auf die börsen ausgewirkt hat das konnten wir ja hier sehen wo war es Ende 2002 ja genau hier war es und wenn ich mich nicht täusche und deswegen glaube ich eher dass wir noch mal eine korrektur ansetzen und das ist auch ganz gesund wenn wir hier so ein fibonacci retracement darauf ziehen dann sehen wir auch von dieser aufwärtsbewegung hier eine gesunde korrektur wäre einfach auch bis hin zu diesem 2600 2630 punkte level ungefähr im s&p 500 und dementsprechend würden auch die anderen edcs mitziehen das ist nur beispielhaft ist hier mal im s&p 500 dementsprechend dass das so mein erstes ziel dementsprechend werden natürlich auch die aktien allgemein eher negativ performen jetzt in der nächsten in dieser woche zumindest genau wie schlecht und wie schnell wir hier nach unten kommen ist natürlich auch abhängig von der nachrichtenlage das mag ich nicht voraus zu sehen auch ich habe keine glaskugel ich habe nur die charts und ja jetzt blicken wir mal auch kurz auf ein paar andere indizes und einfach mal ein bisschen durchzusprechen was mal hier macht man hier sieht auch beim beim nasdaq also beim tech index der usa gleiches spiel nur befinden uns hier auf einem etwas höheren niveau also man sieht auch hier tech aktien haben diesen crash wirklich outperformt befinden sich über der 200 tageslinie die ist ja beim s&p mal bei allen anderen indizes noch weiter entfernt also hier sind wir deutlich drüber wir haben deutlich besser performen in den letzten in den letzten wochen und ich denke auch das wird sich in dem weiteren verlaufe der krise und des jahres auch so fortsetzen ich denke tech aktien werden sich besser werden besser performen als der rest so jetzt gucken wir mal auf den deutschen aktienmarkt da habe ich schon gemeint diese kerze ist vom donnerstag das heißt uns fehlt hier so ein bisschen information das werden wir allerdings in den nächsten jetzt am montag nachholen ich denke hier werden wir einen ordentlichen kurs rücksetzer sehen bis auf 10.530 punkte denke ich meine es am montag wir sehen auch hier der dax deutlich schlechter performt als die hat sie amerikanischen indizes sind dort noch deutlich unter der 200 tage linie wer hat wie gesagt auch hier im aus es fällt mir gerade auf ist so ein bisschen wir finden uns hier an seinem widerstand also der widerstandsregion und da ist der dax ebenfalls gescheitert und das normalerweise zumindest ein drucks setzer ja doch stark kann das stark in betracht gezogen werden wie stark dieser rücksetzer wird sonst bleibt natürlich abzuwarten werden jetzt natürlich hier die unterstützung bei 10.780 punkten ungefähr darunter dann die 200 die 20 tage kleiner durchschnitt bei 1000 10.500 ungefähr und dann darunter erst der die nächste unterstützung bei 10.055 punkten das sind so die die nächsten marken also glaube er nicht dass wir über die höchststände ist der letzten woche steigen dazu ich glaube ich wieder ein bisschen mehr angst im markt ja natürlich auch getrieben durch die durch den disput von trump mit china und bleibt natürlich abzuwarten wie sich das entwickelt ja wenn man schon dabei sind können auch ein paar andere märkte drauf schauen italien zum beispiel man sieht hier im chart eigentlich auch sehr also man muss sich auch wirklich nur die charts anschauen und zu sehen wie stark das land gebäude das land gebeutelt wurde wenn wir das für das wie trance mit mal machen das hier wir haben wir 61,8 prozent retracement gemacht fast beim dax bei den italienern haben wir ein retracement von noch nicht mal 50 prozent also wir sind ja deutlich schlechter haben wir deutlich schlechter performt und auch hier sind wir dann also aktuell ist am 30 april war die kerze genau da haben wir ja abgeblockt vom 50 tage kleinen durchschnitt und das lässt mich ehrlich gesagt so ein bisschen befürchten dass wir hier diesen abwärtstrend fortsetzen ist ein bisschen vielleicht ein bisschen klarer als es bei den amerikanischen charts aber befinden uns hier immer noch einem abwärtstrend und dieser abwärtstrend wird fortgesetzt sobald wir eben diese aufwärtstrend linie brechen und darauf sollte man wirklich achten da kann man auch ein bisschen auf den italienischen markt auf den italienischen indik c schauen und ja bleibt spannend abzuwarten inwieweit sich dieser abwärtstrend fortsetzt ob wir noch mal die tiefs ja sehen oder ob wir nur einen kleinen drücksetzer haben werden und dann ja die aufwärtsbewegungen fortsetzen genau ja soweit so gut an dieser stelle ich hoffe ihr konntet was mitnehmen und ja natürlich noch der risikohinweis das alles was ich gesagt habe und auch sage ja wie gesagt keine verkaufs oder kaufsempfehlung da schon noch keine finanzberatung ist sondern nur lediglich meine eigene meinung so zu dem tanker video wollte ich mich dann heute noch hinsetzen ich wollte ein paar auch ein paar news raussuchen wie gesagt das war ja ein zocktrade und für die nächsten wochen ist der angesetzt mal schauen wie sich entwickelt fundamental sieht dafür die tanker aktien ganz gut aus aber mehr dazu im video bis dahin macht's gut